Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Spiel Uno Flip. Dieses haben wir neu im Hause. Es ist wieder ein Uno, was ihr mit zwei bis zehn Spielern spielen könnt und sieben Jahre alt sein solltet. Im Groben sind die Regeln das gleiche wie bei Uno. Der einzige Unterschied ist halt, es heißt ja schon Flip und man sieht es vielleicht auch schon leicht auf der Verpackung, Karten haben diesmal zwei Seiten, sprich es gibt eine helle und eine dunkle Seite. Was zur Folge hat, oder beziehungsweise nicht was zur Folge hat, sondern das bedeutet, die weißen Seiten sind so die altbekannten Karten. Es gibt jetzt keine farbigen Plus 2 mehr, sondern farbige Plus 1 zum Beispiel. Dafür gibt es eine Farbwunsch Plus 2. Natürlich wieder nach den Uno-Regeln, wie man es ja schon öfters gehört hat. Man darf sie nur spielen, wenn man keine andere Karte spielen darf. Ja, jeder spielt da wie er es denkt. Vorne die Farben auf den weißen Seiten, sag ich jetzt mal am Anfang, sind die altbekannten. Sprich, wir haben wieder grün, gelb, blau und rot. Auf der dunklen Seite sind die Farben ein bisschen anders. Da haben wir pink, lila, türkis und orange. Und gewechselt werden kann es bei einer sozusagen Flipkarte. Es ist halt wieder eine Karte nach der Farbe, sprich ich brauche halt vorher die Farbe dort liegen, damit ich die legen kann. In dem Moment wird alles umgedreht. Unsere Handkarten, ja unsere Handkarten, sprich jeder andere kann schon sehen, wenn man zum Beispiel eine Flipkarte auf der Hand hat und sagt, oh ich flippe jetzt und ich sehe aber bei meinem Nachbarn oder bei meinem Vorspieler vielleicht sozusagen, dass er natürlich auf der schwarzen Seite, die natürlich, wenn ich jetzt, ich sag mal so die Handkarten habe, für alle ersichtlich sind und er hat dort irgendwelche, wie jetzt zum Beispiel die Plus-Fünf-Karte, ja, hat er sie danach zum Ausspielen, sprich wir drehen sie und er hat sie zur Verfügung. Oder sollte ich vielleicht warten, weil auf der Rückseite der Plus-Fünf ist halt nicht, sagen wir mal eine Plus-Eins, sondern es kann dort die rote Drei sein. So, und wenn er die natürlich ausgespielt hat, sehe ich, okay sie ist weg, jetzt könnte ich vielleicht die Karten flippen. Dann werden die Handkarten gedreht, es wird der Nachziehstapel komplett gedreht, damit ich dann halt, oder beziehungsweise wir fangen hier natürlich mit der dunklen Seite an, damit wir nicht sehen, welche Karte wir ziehen. Genauso wie der Ablagestapel wird gedreht. So, und von nun an spielt man einfach mit der anderen Seite weiter, solange bis natürlich wieder die nächste Flipkarte kommt oder jemand fertig ist. Ja, ansonsten ändert sich erstmal nicht viel. Man sagt, auf der weißen Seite sind so die harmloseren Sachen, wie Plus-Eins, Plus-Zwei oder so. Auf der Rückseite sind dann, oder beziehungsweise auf der dunklen Seite sind dann so die etwas härteren Sachen, wie Plus-Fünf und der Spieler ist dann nicht mehr dran. Oder der nächste Spieler muss nach meiner gewählten Farbe so viele Karten ziehen, bis er das erste Mal eine Karte in der Farbe hat und setzt dann natürlich auch wieder aus. Oder alle setzen aus und ich bin sofort wieder dran, was natürlich auch zu voll oder beziehungsweise einfach nur sagen könnte, ich kriege einen neuen Zug. Also wir finden es ganz witzig. Es ist halt mal wie der Uno ein bisschen anders. Wobei ich glaube, jetzt in diesem direkten Vergleich, so dieses Kartenspiel ist sozusagen, würde ich trotzdem, wie ich schon mal vorgestellt habe, Frantic noch bevorzugen. Weil das meiner Meinung nach noch so ein bisschen vom Spielablauf her und von den Eventualitäten, die passieren können oder unvorhergesehenen Sachen bedeuten, schöner ist.